Mein Name ist Roth. Eigentlich führe ich ein ganz normales Leben. Mit einer kleinen Ausnahme. Das war schon immer so. Es passiert nicht oft, aber oft genug. Lange dachte ich, es sei nur eine Einbildung. Aber ich musste einsehen. Einige Menschen sehen mich nicht. Als ob ich nicht existieren würde. Mit der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Aber es war nicht immer einfach. Bis ich jemanden kennengelernt habe. Damit es genauso geht wie mir. Denn für 300 Millionen Menschen sind Rot und Grün unsichtbar. Für Farben, die nicht gesehen werden. Samsung C-Colors für QLED TV zeigt farbenblinden Menschen die Welt in strahlenden Farben. Samsung C-Colors für QLED TV Samsung C-Colors für QLED TV